Wir haben alle Verständnis für Ihre Situation, aber mittlerweile stehen Jasons Ausraster auf der Tagesordnung. Nein! Ich lasse mir von einer Verschwörungstheoretikerin nichts sagen. Ich werde bloß essen! Mami, das ist ein Problem! Ja, aber das meint er ja nicht so. So was Verzogenes. Er ist Autist! Ich bin am Ende meiner Kraft. Und das würdest du sehen, wenn du mal mehr als vier Tage im Monat zu Hause wärst. Was soll ich denn noch machen? Ich wäre auch gern mehr da. Hey Jason, bist du FC Bayern-Fan oder Dortmund-Fan? Ich bin Albert-Einstein-Fan. Ich liebe Jason, aber ich kann nicht mehr. Ich will meinen Lieblingsverein! Okay, ich war am Wochenende mit dir ins Stadion. Wir gucken ein paar Spiele. Und als Gegenleistung lässt du dich in der Schule nicht mehr so provozieren. In Ordnung. Abgemacht. Erste, zweite und dritte Liga. Das sind 56 Vereine. Die schauen wir uns alle zusammen an. 56. Du hast es versprochen. Ah! Liebe Zwein! Elf Spieler mit fünf verschiedenen Schuhfarben. Keine bescheuerten Maskottchen. Aber besser wird's nicht! Wie kannst du das wissen, wenn du nicht alle gesehen hast? Ich stehe nicht auf! Ich bin ja kein Schalker! Das Stadion wurde von den Nazis gebaut! Da geh ich nicht rein! Jason! Jason! Wir sind die Wochenend-Rebellen-Papst! Wir sind die Wochenend-Rebellen-Papst! Bin ich cool! Ich will, dass der das glücklichste Leben lebt, das er leben kann. Es sind so viele Gedanken gleichzeitig in meinem Kopf. Und sie passen nicht zusammen wie Krieg im Kopf. Jason! Der Jason ist schon richtig. So wie er ist. Er wird nebenlang in seinem Aufzug fahren. Und alles, was wir tun können, ist mit ihm zu fahren. Was ist eigentlich, wenn dir keiner von den 56 gefällt? Dann suchen wir in Europa weiter. In Europa? Jo. 2 0 1 2 2 4 1 Untertitelung des ZDF, 2020